Musik Bald zwei Kilometer lang neue Zugangsgalerie geöffnete Niklaus Birsch bei Feierne getrieben. Wann in Drandana sind gewollt, dass neue Kavern am Gang zu entstehen, Platz für die 11 Feieretage in Höhe Stromturbinen vom SEO-Promspeicherweg zu installieren. Heute fangen wir an die Klaus Birsch an. Die neue Kavern, 50 Meter hoch, 50 Meter lang und 25 Meter breit. Wo die E-Liftmaschinen mit 200 Megawatt zusätzlich zu Feierne installiert wird. Mit der neue Pumpturbinen geht Kapazität vom Kraftwerk Feierne in der Neu-Fährdestellung 2013 auf 1300 Megawatt Euro. Da geht es zum drittgrößten Pummspeicherwerk in Europa. Wir haben uns heute im Moment befanden, dass wir im Innerbecken von den Pummspeicherkräften feiern. Im Kader von den Erbeständen der Maschinen 11 vom Projekt, dass das Innerbecken im Moment einig gemacht wird, um die Zuhilfe des Becken zu verdäumen und die Stremungsverhältnisse für die neue Maschinen zu optimisieren. Für Platz wird da bestimmt, so hoch auf den Innenstüberschenen, dem nur einig gemacht, aber gehört das durch die Kräne, Baggerin und Kammjörn. Nummer 15 Prozent vom Wasser geht übrigens aus dem Innerbecken in der Natur herausläuft. Ein Innerbecken ist ein Teil von einem Pummspeicherkräftwerk. Es wird doch dazu gehört, dass ein Oberbecken, das ist ein künstliches Becken, das auf dem Höchsten des Klasbiers installiert wird. Da ist der Moment, dass das Wasser während dem Mond stockiert wird. Während dem Mond geht also, wenn es den Erbeständen noch kein Strom am Kraftwerk Feierne produziert. Um Chantiers schaffen Spezialfirmen aus dem Ausland, gerade weil Lützebäuer Betrieber, bis zu 300 zusätzlich erbesten, lief denen ca. 200 ASEO-Beschäftigsten. Investiert dagegen im Ganzen 155 Millionen Euro. Die heutige Investition steht am direkten Zusammenhang mit dem Investitionen an den Neuerbauenergien. Das ist nicht immer das, was sie braucht. Das heißt, ob die Brauerin installiert, die in dem Moment der Neuerbauenergien nicht zur Verfügung stehen, dass dann aber garantiere Dosen, wo ein Sekundeschneller-Empfung kräftig kann abspringen und die Niederschlechtung an das Strom am Netz abspringen. Und dafür ist es am Anfang ein High-Fire-Empfung, das kann inzwischen ein bisschen wie ein Pump sein. Wenn zu viel Strom am Netz ist, dann zeigen wir den Strom an Pumpeln, Wasser von dem Unterbecken, rüber an den Oberbecken. Und selbst wenn Strom gebraucht wird, dann lebt das Sekundeschneller-Empfung, also keine mehr Turbinen an. Für daneben die selber produzierte Strom können am Netz anzuspeisen. Am Juli übrigens gibt es heute in der Innerbecken der Neueslöser-Lös vor Löffelgeloß.